Untertitelung im Auftrag des ZDF Ja, fein. Ich hätte gerne gewusst, wer denn der Killer ist. Äh, jo. Ich bin hier. Wenn du einen Djinn findest, der frei ist, gehe ich gerne mit dir mit. Jo. Schön. Ähm. Hast du was Sinnvolles zu tun oder so? Hm? Zum Beispiel einen Djinn machen? Jo. Ein bisschen Spaß muss sein. Da ist auch die Korrupte drauf. Ja, ja, ja. Äh, in den Keller. Ja. Was machen wir denn im Keller, Lian? Hm? Ja, da ist eine Kiste. Ja. Och, wehe. Das endet jetzt böse da hinten. Willst du gleich gegen dein Mediket tauschen oder so? Äh. So, jetzt sollten wir abhauen. Falls der nämlich Barbecue hat, hat's aber gearscht. Er ist immer noch zu. Doofen Korrupter. So. Lian ist mein Buddy. So sieht's aus. Äh, ne. Oh, ne. Ne Feule. Au. Ich könnte eigentlich noch was anderes spielen als ne Feule. Ist das jetzt der Käpt'n der Feule? Hey, du. Heilst du mich? Dann heil ich dich. Nice. Das Outfit ist cool. Leuchtest zwar. Oh, guck. Buddy kommt. Die merken sich auf, denken, was haben denn die für einen Knall? So. Wir gehen hier ran. Jo. Weggetunnelt, ne? Nennt man das? Strike. In your face, Feulelein. In echt jetzt momentan krieg ich ne Feulen. Feulen, Feulen, Feulen. Ich hätt gern mal wieder ne Jägerin. Oder ein Trapper. Ich hätt schon ewig keinen Trapper mehr. Oder ganz cool, Sadako. Hab ich auch noch nicht aufgehakt. Nö. Niemand spielt Sadako. Wer blutet denn hier noch? Wo kam denn das jetzt her? Ey, Kumpelbuddy. Haust du gerade ohne mich ab? Kumpelbuddy. Ich bin hier. Unsere Füße Tinnisten weggestauen. Ich denke nicht, dass die gute Kate retten geht. Was machen wir hier zwei? Mh, wir. Mal ein Djem durchziehen. Sonst passiert hier nämlich eh wirklich was. Uuuuuh. Hier ist er. Alles klar. Shit. Shit, shit, shit. Oh, Mensch. Das habe ich jetzt gebraucht. Oh, nee, die lassen die hängen. Die lassen die hängen. Nein, Leute. Holt die runter. Das geht sich nicht aus. Oh Gott. Da sitzt dann Jen. Die sitzt dann Jen. Die kommt gleich in die zweite Phase. Leute. Nein, Leon, nicht abfahren. Aua, was habe ich dir denn getan? Ja, der ist noch hier. Och nee, Leon, nein. Gott, Kate, lauf. Nee, nicht Kate, Matt, lauf. Leon, du wirst gleich umfallen. Ja, du bist mein Buddy, aber du musst mich nicht abfahren. Komm wieder nicht aus der Runde raus. Du bist auch gut geht. Meine Deli habe ich durch. So viel ist mir sicher. Traust du dich? Nee, du traust dich nicht. Da hinten ist noch eine Kiste. Vielleicht ist ja was Spannendes drin. Komm schon. Die hing doch gerade erst. Ja, das ist technisch gesehen kein Tunnel mehr. Medikid? Nein, blöde Taschenlampe. Hä? Warum ist die tot? Laut Anzeige ist die nicht tot. Jetzt ist sie tot. Dbd halt, ne? Es gab jetzt zwar noch ein Update, aber recht viel besser ist dadurch nicht geworden. So, wo ist denn mein Kumpel? Ich bräuchte ihn so zum Heilen. So. Yeah! Ich seh mich trotzdem schon auf der Fresse liegen. Ja, das war Dian. Der ist dort drüben. Puh. Ja, ich spiel gar nicht gern gegen den Feuillach. Ist mir so ein Geist oder so ein Lieber? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Geist, die hätte ich auch schon lange nicht mehr. So, ich geh jetzt schon mal stark davon aus... Oh Gott, da hat Barbecue. Jetzt hat die Kate geärkt. Lirn, du musst noch kurz 10 Sekunden durchhalten. Dann laufe ich auch schon los. Oh, scheiße, Leute! Ich bin doch selber verletzt. Es ist eindeutig, was der machen wird. Direkt wieder rüberlaufen zu uns. Ich muss den Lirn runterholen. Jo. Nee! Keiner da! Scheiße! Scheiße nochmal! Ich komm hier nicht weg. Das ist... Oh Gott, nein! Hier ist der Scheiß-Keller! Hier ist der Scheiß-Keller! Das ist so kacke! Das ist so kacke! So, Lirn hat sich sterben lassen. Ich versuch's mal auf die Nette, aber ich denke, ich werde im Keller landen. Oh, Mensch! Nee! Schade! Dann gehen wir nochmal wieder zum Entityus. Hallo! Entityus is my old friend! Immerhin bin ich als Letzte gestorben. Was soll ich machen? Ohne geliehene Zeit kriege ich Viren nicht unfallfrei runter. So, Deli haben wir durch. Zip! Ja, der Killer ist immer noch aktiviert, ich weiß. So, punktemäßig war's gar nicht mal so übel eigentlich, außer überleben, ne? Pip haben wir rein. Ja, er hatte Barbecue. Er hatte es. Korrupte wussten wir, Pop habe ich nicht mitgekriegt und Schattengeborener, okay. Jo. Alles in allem. War eine schöne Runde, hat Spaß gemacht. Wenn's euch aufgefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, lasst mir gerne ein Kommentar hier oder lasst mir auch gerne ein Abo da, da freu ich mich. Dann bis jetzt beim nächsten Mal, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.